Berlin brach in der vergangenen Nacht ein Großbrand aus. In einem Stadtteil von Berlin ist gestern Abend in einem elfstöckigen Haus ein Feuer ausgebrochen. Die Berliner Feuerwehr, sie ist seit Stunden mit einem Großeinsatz mitten in der Innenstadt beschäftigt. Aus noch ungeklärter Ursache kam es auf dem Dach eines achtgeschossigen Wohnhauses. Hey. 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 Hey, hey. 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 I was sleeping for like 3 or 4 days straight. Hey. That was all for, but he in a way, that's not a part of the blog. We didn't show that we want to talk about what we did the previous week before I got sick. Es ist nicht so, dass wir wirklich darüber reden wollen. Ich mache Nasehaya. Ja, er macht mir einen Kommentar-Banana. Und so haben wir mehr Video-Material. Okay, wir beginnen. So, bevor Jakob sicker wurde, habe ich Essen. Nach dem, er wurde sick. Was hast du in das? So, Leute, ich habe zwei Nachrichten. One good, one bad. Die gute Nachrichten ist, dass ich heute Abend kuchen. So, es wird heute den liefst, weil ich ein Chef. Yesterday, ich habe einen Film über Chefs. So, Spoilers a lot. Jakob und mir sind in das. Und die gute Nachrichten werde ich später sagen. Die wow-Cooking-Process. Weil es wirklich terrible news ist. Während ich alles vorbereiten, Jakob ist zu entpacken. Das ist für Gym, das er verloren hat, wenn er krank war. Ja, aber eigentlich, sie mich rescued. Weil ich... Du verloren hast, wenn du krank war. Ich war nicht krank. Du war krank. Es ist sehr einfach. Es ist einfach, was ich hatte vorher. Es ist einfach. So, vielleicht sollte ich es nicht verloren haben. Diese sind von Poter, btw. Das ist... In Hennen, das ist es quasi eine Variation, wenn ich fühle mich. Ich habe auch eine longsleeve Shirt. Und das sind die Schoen von Yuki. Sie sind mit einem Running Sneakers. Ja! 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 Das ist gut jetzt. Richtig! Es macht es wirklich gut. Oh, ist wirklich schön! Ohi! Würde ich Ihnen lieber unser Fleisch? Nein. Nein, nein, keine revrire! Es sieht sehr... ...satisfierend. Nein, lass mich probieren. Es ist tatsächlich wie ein Kacke. Es ist kein Pancake. Es ist Kacke. Es schmeckt wirklich, aber es schmeckt. Es schmeckt wie ein Banan. Nein, es schmeckt wie ein Banan. Es ist ein Banan. Es schmeckt wie ein Banan. Es schmeckt wie ein Banan. Also, was wir machen? Ich weiß nicht mehr. Wir waren im Gym. Oh nein, wir waren im Gym. Es gab ein paar Genes. Oh, wir machten Burgers. Ich verstehe, ich mag es nicht. Wir essen Burgers für Irina. Sie ist aktuell auf der Diät. Es ist ein Kacke. 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 Ja, ich muss es sich selbst paychen. Es ist ein Kacke. Also, Jakob ist ill. Und ich habe mein Lieferungsgerät in der Welt. Es ist die Laufenbräufe. Nur weil ich und Jakob sind zurückgezogen. Wir sind zurückgezogen. Und Leben wird wieder schön sein. Und dann ist es so heiß. Ja, ich meine. Aber Vitalik ist das auch. Ich denke. Ich denke. Ich denke. Ich denke. Ich denke. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Stopp slapping die Meats. Also, eine Kotelette. Oh! 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 Ich bin nicht sicher, ob der Cheese wäre, weil man ein dicker ist, in Kyiv ist es sehr... Ich mag es. Ich mag es. Du magst es? Ja, sie mag es. Die Küche ist schnell. Ich mag es. Okay. Es ist okay. All right. Come on. Take it all the way home. I said a one and a two. I said a three and a four. Is it like small? I gotta give it to me, baby, now. All right. Get it to the top. Oh, come on. Yeah, Vitalik shouldn't understand that he's doing something good, because he's going to be all breaky. But this is the thing. Vitalik can do something good, but only once in a year, you know? Yeah. Wrong. 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 Okay, I assume, we should finish. Anywhere, guys. Das war alles für heute, Burgers, Sport, Irina Ah! Ist das all we did that week? Just fucking food and a little bit of Sport I'm kind of disappointed with us Oh, no, actually So, Jakob took today camera with us Because we're gonna film a lot of nice girls asses They're gonna start shitting us, we're gonna say Ah, we are gay Fuck, it's like I like my presents You suck at that At least put your dick there or something, I don't know If you have the courage, then slap your dick out That's 50 kilos in total, yeah? He is fine, we are I don't know I don't know I don't know Is it happening inside or no, is that? Bro I have been a man free I know that's lost for me Jakob fuck up number 165 Fuck I think I had more fuck ups in life than that Yes, Harry I believe in you Okay, I think we see that believe is not ever seen Jesus I'm really good at this, actually Well, unlike Kikalik I do not rely on other people anymore I can handle shit myself You're talking again about masturbation? That too You're really good in it There is actually rumours around What rumours? That you can suck yourself Wait, who's lying there? You do it down to me That's true Hey, hey What rumours are you doing? Uhh We do it like it's been gross You do it like it's been gross Fuck, you're scared of me. No. Are you done? Mhm. No, I still need to clean stuff. What do you want to do? I still need to do hands. What are you going to do here? We have a vibration. Do you see bolts knocking on the floor? Yes. They're full. I'm going to have a positive. Oh, I'm still recording. We're still recording actually. So, let's say goodbye. Everybody, I've got to go. Okay, aye. Are you done? No, I'm going to get done when the neighbor is going to start knocking. I'm going to get done when the neighbor is going to start knocking. Stop. Mother! Bye! I'm off the microphone. Okay. So, goodbye. Hope you liked the vlog. If you didn't, I don't really care either. I really care. I'm really disappointed by you guys. I'm really sorry that some of you don't like the current videos. It's really hurting you after all because I'm going to find and you will not like it. You missed a few words then, but okay. Have you understood what I meant? You must miss them in purpose for lawyers. Good night. Good day. See you. Bye. 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 Vielen Dank.